So ihr Lieben, aufgrund einer ganz lieben Kundenanfrage zeige ich euch jetzt nochmal unsere Sterling Silber Kollektion Ray. Kollektion Ray besteht aus Ohrsteckern in eismattiertem Sterling Silber und einem dazu passenden Anhänger mit zarten, rosé-vergoldeten Elementen dazu. Starten wir mit den Ohrsteckern. Wunderschöne, zarte, hoch elegante Ohrstecker mit einer Länge von ca. 1,8 cm, sind wie so zwei über Lander liegende Ovale oder Blätter, wie man auch immer es nennen mag. Wie gesagt, ganz herrlich matt, also richtig schön eismattiert und am Rand dann in rosé-gold hochglänzend vergoldet. Sehen sehr schön edel aus, sehr fein, sind schon fast Klassiker und trotzdem super schön modern und natürlich für alle, die ein bisschen diesen Multikolor-Look aus Silber und rosé-gold lieben, eine tolle Empfehlung. Die Ohrstecker haben hinten einen klassischen Stecker, allerdings mit so einem Klappverschluss, einer Klappprisur. Also ihr seht ganz klassisch der Stecker und dann wirklich nur diese Klappprisur zum Schließen, sodass es wunderbar komfortabel am Ohr sitzt und man auch keinen Verschluss hat, den man verlieren könnte. Also wie gesagt, hoch elegante, schöne, feine Edelohrstecker. Passend dazu gibt es den Anhänger-Ray, auch hier wieder das gleiche Prinzip. Zwei aufeinander liegende Elemente in wunderschönem eismattem Sterling-Silber und am Rand eben hochglänzend in rosé-goldet. Der Anhänger, ich nehme ihn auch nochmal runter und zeige euch nochmal ein bisschen näher im Detail, hat eine Länge von circa 2,8 Zentimetern und ja, sieht wirklich richtig schön fein aus. Hat auch hinten eine recht große Anhängeröse, sodass ihr wirklich entscheiden könnt, trage ich es an der ganz feinen Kette oder trage ich es eher an der Kette, die ein bisschen mehr Volumen hat. Also es ist wirklich wunderbar flexibel, edel und fein. Ich habe es jetzt hier mal mit dem Collier-Cable kombiniert. Das ist so ein weiches Spiral-Collier, auch wieder in Sterling-Silber und die Stränge sind entweder, ja, Silber oder eben auch rosé-vergoldet. So lauter kleine, feine Stränge und ich finde gerade die Kombination einfach irre schön. Sieht natürlich aber auch an der weich getragenen Kette wunderschön aus. Unsere Kollektion Ray. Okay, sowohl der Anhänger als auch die Ohrstecker, das Paar, kosten 69,90 Euro. Ja, und wer schon mich ein bisschen kennengelernt hat, weiß, ich habe immer noch so einen kleinen Schmankerl dabei. Und weil es so wunderschön dazu passt, möchte ich euch noch einen weiteren Anhänger zeigen, der auch wunderbar in dieses Thema Eismatt und Rosé-Gold passt. Unser Luxus-Anhänger so nah. Das ist wirklich ein Meisterwerk der Juwelierkunst. Der ist wirklich handwerklich gefertigt. Von einem Juwelier wirklich ganz außergewöhnlich und edel. Auch hier wieder in der Oberfläche so ein gehämmertes, eismattes Sterling-Silber und so ein, ja, wie so ein länglicher Tropfen in hochfeinem Sterling-Silber in Rosé-vergoldet. Ist wirklich ein absolutes Premium-Stück unserer Kollektion, was Anhänger angeht und sieht traumhaft schön auch an unserem Collier-Cable aus. Darum habe ich es eben nochmal mit rausgesucht. Also schaut mal, das ist wirklich ein absoluter Hingucker. Der Anhänger so nah hat eine Länge von circa 5 Zentimetern und in der breitesten Stelle ist er 2,3 Zentimeter. Er gehört unter anderem auch zu unserem Gastgeberprogramm, sodass man ihn als Gastgeberin einer Schmuckparty, natürlich abhängig ein bisschen vom Umsatz der Schmuckparty und auch vom Thema einer weiteren Folgebuchung, entweder um 50 oder 70 Prozent günstiger haben könnte. Und ich mache es nochmal auf die Wüste zum Abschluss, damit ihr nochmal seht, wie wunderschön auch unser Anhänger so nah mit dem Collier-Cable ausschaut. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt, dann meldet euch einfach. ... ...